Manche haben ihn den Sprachpapst genannt, Wolf Schneider, Journalist, Sachbuchautor und eben vor allem ein Spezialist für die deutsche Sprache, für die er sich auch wortgewaltig eingesetzt hat, als Kritiker der Rechtschreibreformen, als Kritiker auch der Gendersprache. Wolf Schneider hat viele Jahre lang die Henry-Nannen-Schule in Hamburg geleitet und hat dadurch ganze Generationen von Journalistinnen und Journalisten geprägt. In der vergangenen Nacht ist Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Tilman Urbach. Seine Diagnose war ebenso klar wie niederschmetternd. Es steht schlecht um die deutsche Sprache und allgemein um unsere Sprachkultur. Wolf Schneider stellte dem Internetzeitalter kein gutes Zeugnis aus. Ihm ging es als leidenschaftlichem Journalisten und Sprachpapst, wie er manchmal tituliert wurde, um Verständlichkeit und deshalb um sprachliche Genauigkeit. Sein Buch »Deutsch für junge Profis« veröffentlichte er erstaunlicherweise noch mit 85. Es wird so viel Geschriebenes produziert wie niemals zuvor in der Weltgeschichte. Das Dreifache, das Fünffache. Und andererseits sind ja nicht alle Blogger damit zufrieden, dass sie nun sich in den Weltmarkt irgendwie einstöpseln können. Manche wollen ja auch noch gelesen werden. Und wer gelesen werden möchte, der macht nach meinen Stichproben in neun von zehn Fällen alles falsch. Die Leute schwatzen irgendwie los und haben nicht den Gedanken, dass man sich vielleicht ein bisschen Mühe geben müsste, um das Unwahrscheinliche zu erreichen, dass man auch noch gelesen wird. Und wenn Sie sich die Mühe geben, so kennen Sie die Rezepte nicht. Diese Rezepte lieferte Wolf Schneider in seinen Büchern. Dabei fiel ihm selbst, wie er zugab, das Schreiben keineswegs leicht. Er überarbeitete seine Texte wieder und wieder. Von alleine, so hat er einmal gesagt, entsteht ein guter Text jedenfalls nicht. Man müsste den Leser vielmehr umwerben. Geboren wurde Schneider 1925 in Erfurt, wuchs jedoch in Berlin auf. Im Zweiten Weltkrieg diente er bei der Luftwaffe. Nachdem er als Dolmetscher bei der US Army tätig war, begann er seine journalistische Karriere 1947 bei der Neuen Zeitung in München. Für die Süddeutsche berichtete er später aus Washington. 1966 arbeitete Schneider beim Stern, wo er mit Chefredakteur Henry Nannen bestens harmonierte. Aus heutiger Sicht befremdlich, dass Schneider vom linken Stern zum damals sehr konservativen Axel Springer Verlag wechselte. Immerhin ersprang Günter Wallraff bei, als der mit seinem Buch »Der Aufmacher aus dem Innenleben« der Bild-Zeitung berichtete. Ab 1979 leitete Wolf Schneider die Hamburger Journalistenschule und profilierte sich seitdem als einer der wichtigsten deutschen Stilisten und Sprachkritiker. Zu den populärsten Büchern von Schneider gehören die Bestseller »Deutsch für Profis« 1982 und »Deutsch für Kenner« 1987. Schneiders Einsatz für die deutsche Sprache war unermüdlich. In allen Kultursprachen, in denen der Computer regiert, geht die Sprachkultur zurück. Es ist nicht üblich, dass man sich beim Mailen oder beim Bloggen jene Mühe gibt, die früher, wenn man noch einen Füllfederhalter oder wenigstens ein Googleschreiber oder eine Schreibmaschinenwalze bedienen musste, noch üblich war. Man huscht mal eben über die Tasten und eine Kontrolllektüre vorzunehmen ist nicht üblich. Und die klassische Frage lautet, würdest du dir für diesen Text eigentlich eine Briefmarke kaufen und wenn nicht, dann lass ihn doch vielleicht lieber weg. Aber man braucht keine Briefmarke mehr, die Versuchung ist ungeheuer. Man schreibt und schreibt und schreibt, oft im Durchschnitt mit schlechterer Grammatik, schlechteren Stil und mehr Geschwätzigkeit als in den Zeiten des Briefes und der Hausmitteilung. Wie seine Familie mitteilt, ist Wolf Schneider heute im Alter von 97 Jahren in Starnberg gestorben. Der Journalist und Autor Wolf Schneider ist tot. Auf unserer Internetseite finden Sie ein langes Gespräch mit Wolf Schneider, das wir vor einigen Jahren mit ihm geführt haben. Hotten, Totten, Stotter, Trottel, so heißt dieses Gespräch, finden Sie auf der Startseite rbbkultur.de, benannt nach seinen Lebenserinnerungen. Hotten, Totten, Stotter, Trottel. Hotten, Stotter, Trottel. Vielen Dank.